Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Das Video wird ein bisschen länger, 20 Minuten, denn ich möchte über die Rolle von ChatGPT für mich als Erwachsenenbildner sprechen. Ich möchte schauen, wie ich Texte erstelle, wo mir ChatGPT helfen kann, wo es mir überhaupt nicht helfen kann, welche Rolle ich dabei noch innehalte und vor allen Dingen das auch an drei Beispielen einfach auch mal ein bisschen zeigen in einem Live-Experiment. Von daher, nehmt euch die Zeit, es wird spannend. Bis gleich. Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz-Tools, vor allen Dingen ChatGPT, hat ja den Bildungsbereich wahrlich auf den Kopf gestellt in den letzten Monaten und es haben sich so verschiedene Lager ja auch gebildet zwischen einer Euphorie, einem Hype über jedes neue Tool, jedes neue KI-Tool, was irgendwie da ist und aufgeteilt, verderb eingesetzt und verwendet werden muss, bis hin zu den eher verhaltenen Skeptikern, wo vielleicht auch einige Ängste auch mit verbunden sind, welche menschlichen Aufgaben auch durch KI-Tools auch entsprechend, ja, ersetzt werden können. Von daher möchte ich jetzt einfach mal in einer Live-Demonstration schauen, wie ich ChatGPT meine Arbeit als Erwachsenenbildner nutzen kann, aber vor allen Dingen auch, wo meine Professionalität immer noch erforderlich ist, damit ich auch meine Arbeit immer noch weitermachen kann, denn wir sind noch weit davon entfernt, dass, ja, ein KI-Tools ein Bild oder eine Bildnerin auch ersetzen kann. Ich schalte mal auf meinen Screen. Wir haben jetzt hinter mir ChatGPT eingeblendet und ich möchte jetzt einfach mal mit einer Aufgabe starten, einer redaktionellen Aufgabe, die mir oder mit der ich oft konfrontiert bin, nämlich ich möchte jetzt mal einen Blogartikel für unsere Erwachsene-Bildung-Blog schreiben. Und ich beobachte ganz oft dann einfach eine Herangehensweise, wie zum Beispiel, schreibe mir einen Blogartikel zum Thema Erwachsenenbildung und Digitalisierung. So, ich klicke mal auf Enter, lasse ChatGPT jetzt hinter mir mal rödeln und, ja, es kommt jetzt relativ schnell schon ein Text, Erwachsenenbildung und Digitalisierung eine neue Ära des Lernens. In einer zunehmend digitalisierten Welt werden Lernprozesse und Bildungskonzepte stetig neu definiert und angepasst. Und, ja, man sieht jetzt einfach, ChatGPT verfügt über schon Informationen aus Bereichen Erwachsenenbildung und Digitalisierung und nutzt jetzt diese Informationen und schreibt dahinter auch einen Blogartikel. Jetzt bin ich auch mal gespannt, hier, Rolle der Digitalisierung, halt die Art und Weise, wie wir lernen, das Weiterbilden grundlegend verändert, durch den Zugang Online-Plattformen, digital Ressourcen können lernen. Also sehr, sehr allgemein gehalten und wer jetzt das öfter machen wird, der wird auch merken, dass der Schreibstil auch ähnlich ist. Ja, es gibt jetzt natürlich Magazine, bei denen sind jetzt so Texte zu finden. Die würden jetzt diese Texte auch, ich sag mal, die würden ja auch eins zu eins übernehmen. Das heißt erstmal allgemeine Überschrift, die Rolle, Vorteile, Nachteile und ohne, dass ich jetzt schon runtergescrollt haben, wird garantiert unten eine relativ wertneutrale Zusammenfassung wahrscheinlich auch stehen. So, die Perspektiven. Er hat mich gehört wahrscheinlich und jetzt hier bei Zusammenfassung aufgehört. Ich lasse ihn mal weiterschreiben. Da zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Digitalisierung die Landschaft der Erwachsenenbildung dramatisch verändert hat. Mein Gott, das ist jetzt ja wirklich nichts Neues. Also ist es wirklich sehr, sehr allgemein gehalten. Und das heißt, ich stoppe jetzt hier mal, sehe ich, dass dieser Prompt, also dieses RG oder diese Eingabeaufforderung, schreibt mir einen Artikel zu Erwachsenenbildung und Digitalisierung, das ist einfach zu allgemein. Denn das erfüllt nicht die Anforderungen, die ich an einem Blogartikel habe. Und das ist, glaube ich, auch die falsche Herangehensweise für die Nutzung. Entweder, ja, wenn ich einen Blogartikel schreiben möchte, habe ich ja auch schon ein konkretes Thema auch im Blick. Weil so ein allgemeines Thema, Digitalisierung, Erwachsene, das ist halt wirklich ein großes, großes Thema. Ja, das kann ich nicht so ein paar Zeilen schreiben. Also ich brauche wirklich schon den Fokus auf ein spezielles Thema. Entweder ich habe diesen Fokus oder ich nutze ChatGPT, um diesen Fokus zu finden. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte einen Blogartikel zum Thema Digitalisierung und Erwachsenenbildung schreiben. Punkt. Stelle mir bitte drei mögliche Themen vor. So, das lasse ich jetzt mal machen. Und ich erwarte jetzt, dass mir ChatGPT drei Themen aus dem Bereich Digitalisierung und Erwachsenenbildung vorstellt. Und jetzt sehe ich auch schon, das sind hier Vorschläge mit kleinen Zusammenfassungen. Adaptives Lernen, künstliche Intelligenz in der Erwachsenenbildung. Und da merke ich schon, jetzt wird es schon langsam konkreter. Ja, also dadurch, dass ich die Fragestellung verändere, bekomme ich natürlich auch inhaltliche und auch fundiertere Vorschläge. Digitale Kluft in der Erwachsenenbildung überbrücken. Also dieser Gap ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und jeder, der in der Erwachsenenbildung arbeitet, wird sich auch mit diesem Thema Digital Gap oder dieser digitalen Kluft natürlich auch beschäftigen. Die Rolle von VR und AR auch in der Erwachsenenbildung. Also das sind jetzt schon mal drei ganz konkrete Themen, mit denen ich arbeiten kann. Und ich möchte jetzt gerne, ja, wofür entscheiden wir uns? Eins, zwei oder drei? Ich nehme jetzt einfach mal das Thema zwei. So, und da wäre jetzt der nächste Schritt. Okay, wie könnte denn eine mögliche Gliederung einfach aussehen? Das heißt, ich würde jetzt reinschreiben. Vielen Dank, Komma. Ich entscheide mich für Thema Nummer zwei. Kannst du mir hier bitte eine Gliederung vorschlagen? Also ihr merkt, ich schreibe das nicht rein. Ich habe hier eine Sprachsteuerung integriert. Das geht immer ein bisschen schneller, aber die ist natürlich nicht in ChatGPT eingebaut, sondern in meinem Computersystem. Deswegen nicht wundern, dass ihr noch tippen müsst wie im Mittelalter. So, jetzt gucken wir mal. Natürlich, hier ist ein möglicher Aufbau für Ihren Artikel zum Thema digitale Kluft in der Erwachsenenbildung überbrücken. Kurze Einleitung zum Thema Digitalisierung. Definition und Ursachen der digitalen Kluft. Drei Auswirkungen der digitalen Kluft auf die Erwachsenenbildung. Und ihr merkt jetzt hier auch schon, das Prinzip von ChatGPT ist, dass auch immer wieder ein Bezug zu einem vorhergegangenen Text, zu einer Unterhaltung auch möglich ist. Also ich kann jetzt einfach sagen, beziehe dich auf Thema zwei, beziehe dich auf Thema eins und mache mir dazu einen Vorschlag, mache mir dazu einen Vorschlag und das KI-Tool stellt dann auch automatisch diese Bezüge auch her. So, jetzt haben wir hier schon mal ein paar oder eine mögliche Gliederung, Definition und Ursachen der digitalen Kluft, Auswirkungen der digitalen Kluft auf die Erwachsenenbildung, Strategien, Überbrückung der digitalen Kluft, Fallbeispiele erfolgreicher Strategien und so weiter. Das klingt jetzt auch erstmal nicht schlecht, aber das sind ja auch erstmal Überschriften und ich möchte jetzt natürlich schauen, ja, wie kann ich das Ganze inhaltlich finden. So, und ich nehme mir jetzt mal diesen Punkt 3 und sage jetzt einfach mal, das kann ich natürlich mit einem anderen Punkt auch machen, dass, ja, mir ChatGPT hierzu bitte mal eine Textvorlage und einen Text schreiben soll. So, jetzt nehmen wir mal hier, vielen Dank, schreibe mir bitte 200 Wörter zum Punkt 3 deiner Gliederung. So, jetzt lassen wir ihn hier mal schreiben, Auswirkungen der digitalen Kluft. Also er bezieht sich hier vollkommen richtig auf Punkt 3 in der Gliederung und fängt jetzt an zu schreiben. Die digitale Kluft hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Erwachsenenbildung und kann die Chancengleichheit im Bildungsbereich erheblich beeinträchtigen. Menschen, die keinen Zugang zu digitalen Technologien haben, nicht über die notwendigen digitalen Kompetenzen zu verfügen, sind oft von wertvollen Bildungsressourcen Lernmöglichkeiten ausgeschlossen. Insbesondere in Zeiten von Pandemien und Lockdowns, denen das Lernen vermehrt online stattfindet, kann die digitale Kluft zu erheblichen Bildungsungleichheiten führen. So, das klingt jetzt soweit erstmal ganz gut. Und wenn ich jetzt mit diesem Text zufrieden bin, ja, dann kann ich mir im Prinzip abkopieren, irgendwo schon mal merken oder abspeichern als entsprechenden Textbaustein. Jetzt hat ChatGPT aber manchmal auch die Eigenart, ja, Sachen zu schreiben und ich weiß ja gar nicht, ob die stimmen. Das heißt, ich muss jetzt wirklich gucken, das ist jetzt ein sehr, sehr allgemeines Thema, ob ich mit meiner Professionalität und mit meinem Hintergrundwissen auch mit dem einverstanden bin, was ChatGPT mir so schreibt. Deswegen gucken wir doch mal, ob wir hier auch ein pädagogisches Thema finden. Auswirkung der digitalen Kluft auf die Erwachsenenbildung hatten wir jetzt gerade. Das ist jetzt erstmal sehr, sehr allgemein. Die digitale Kluft in der Erwachsenenbildung ist daher nicht nur ein Bildungsproblem, sondern auch ein soziales und wirtschaftliches Problem, das dringend angegangen werden muss. Gut, das ist jetzt in meinen Augen ein bisschen dünn. Ja, also ich arbeite ja in einem eher ländlich oder in einer ländlich geprägten Erwachsene oder Landeskirche. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall noch einen Bezug zur ländlichen Region haben. Ich finde, das Thema Alter ist natürlich auch, ich sage mal, ein Thema, denn der Kompetenzen ist nicht nur der einzige Baustein von der digitalen Kluft. Und deswegen muss ich ihm jetzt einfach auch nochmal sagen, vielen Dank schon einmal, nehme bitte noch Bezug auf ländliche Regionen und die Rolle des Alters sowie des demografischen Wandels auf die digitale Kluft. So, jetzt muss ich natürlich aus meiner Rolle, aus meiner Perspektive erstmal schauen, wie gesagt, wo sind die inhaltlichen Punkte, an denen ich anecke, wo sind inhaltliche Punkte, wo ich vertiefen möchte, wo sind die inhaltlichen Schwerpunkte, die ich legen möchte. Das ist nämlich nichts, was diese KI mir machen kann. Also die KI, die kann mir allgemeine Texte natürlich schreiben. Und ihr seht, das ist auch gar nicht mal verkehrt. Also es gibt Blogs, die schreiben, das sind vielleicht schlechtere KI's. Aber oberflächlichere Artikel. Aber wie gesagt, damit dieser Artikel auch die Tiefe bekommt und auch die fachliche Tiefe, die ich möchte, ist meine Rolle als Erwachsenenbilder natürlich unabdingbar. So, jetzt haben wir noch einmal die inhaltliche Geschichte, die ich auf jeden Fall immer überprüfen muss und mir aus verschiedenen Bausteinen das zusammensuchen und zusammenkopieren kann. Ich sag mal, was ich für wichtig erachte. Das heißt, ChatGPT liefert daher eigentlich nicht den Artikel, sondern einfach ein Grundgerüst und Vorschläge für Wortbausteine. Und ich setze dann im Prinzip diese Wortbausteine so zusammen, ergänze sie, verändere sie, dass eben ein Artikel entsteht, wo ich auch dahinter stehen kann. Ich muss natürlich auch Einfluss darauf nehmen, wie ChatGPT schreibt, also auf den Schreibstil. Ich kann zum Beispiel, das schauen wir jetzt mal, machen wir mal einen neuen Chat auf, um einfach auch mal zu zeigen, welche Auswirkungen ein Schreibstil hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Einladung für ein Grillfest mache, kommt ja auch öfter mal vor. Schreibe mir eine Einladung für ein Grillfest für nächsten Samstag um 18 Uhr. So, jetzt lasse ich schreiben. Wir hoffen, diese Nachricht erreicht dich in bester Stimmung und Gesundheit. Der Sommer hat endlich begonnen. Mit ihm kommen die langen, warmen Abende, die perfekt für eine gute Zeit im Freien und den Sommer gebührend begrüßen. Möchte dich da im Grillfest einladen und so weiter. Und das ist jetzt auch, wie gesagt, wie vorhin auch erstmal eine Textvorlage. Und jetzt kann ich aber auch noch Einfluss oder muss ich auch Einfluss auf die Syntax nehmen, auf die Ansprache und auch darauf, wie überhaupt geschrieben wird. Ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ich merke, hier wird zum Beispiel die Du-Form verwendet. Ich möchte dich einladen, ich hoffe, die Nachricht erreicht dich. Ist auch nicht in jedem Kontext richtig. Deswegen möchte ich, dass er in der Sie-Form schreibt und dass das Anschreiben vielleicht etwas formeller ist. Auch finde ich das Anschreiben gerade ein bisschen lang. Deswegen muss ich jetzt ergänzen, schreibe in formeller Sprache und fasse dich etwas kürzer. Naja, Bock auf Grillen, kühle Drinks und gute Stimmung. Ach, er hat jetzt das informeller Sprache. Genau, das ist jetzt der Nachteil der Spracherkennung. Er hat jetzt aus meiner formeller Sprache eine informelle Sprache gemacht und hat, hey, Bock auf Grillen, kühle Drinks und gute Stimmung. So klingt das, wenn Kirchenjugendliche in den Mit-40ern irgendwie versuchen, Jugendjargon zu sprechen. Und das kann dann auch immer so ein bisschen nach hinten losgehen. Also von daher, Charles, schreibe formeller. Förmliche Einladung zum Grillfest. Sehr geehrte, ich hoffe, diese Nachricht findet sie in bester Gesundheit und guter Stimmung. Ich kann aber auch sagen, schreibe humorvoll. Operation Sommerspaß-Grillfest. Hey, hast du deinen Feuerlöscher griffbereit? Ich hoffe, du hast ihn nicht. Denn wenn wir nächsten Samstag den Grill anfeuern, wird das Einzige, was brennt, unsere Leidenschaft für saftige Steak, knackige Würstchen und kreative Biggie-Optionen sein. Genau, also das heißt, die Art und Weise, wie gesprochen oder wie geschrieben wird, die ist natürlich von meiner Eingabe abhängig. Weil JGPT hat auch einen eigenen Stil, im Prinzip das, was in der Datenbank da ist, in neue Texte zu formieren. Aber woher soll denn dieses KI-Tool wissen, wie ich meinen Text haben will? Von daher ist es unheimlich wichtig, an den Prompts, also das sind die Eingabe-Einforderungen, die Art und Weise, wie ich die Befehle erteile, wirklich zu üben und zu schreiben und auch zu verändern und zu schauen, wie verändert sich denn der Text, wenn ich den entsprechenden Prompt verändere. Was ich zum Beispiel auch oft mache, JGPT neigt oft dazu, Aufzählung zu machen, wenn ich zum Beispiel Textzusammenfassung habe. Ja, ich kann mir auch Texte zusammenfassen lassen. Das können wir hier gerade mal kurz schauen. Ich gehe mal gerade bei uns in das Blog. So, hier haben wir einen letzten Blog-Artikel. Da kopiere ich mir jetzt gerade mal, so, das ist, naja, hier ist ein bisschen wenig Text. Nehmen wir mal ein bisschen mehr Text. Ach, hier eine Einladung zu einer Veranstaltung, das ist doch auch was. Also kopiere ich mir den Text und kann jetzt auch zu ChatGPT in einem neuen Chat sagen. So, fasse bitte folgenden Text zusammen und dann kopiere ich ihn rein. So, jetzt wird gearbeitet. Und jetzt weiß ChatGPT aber nicht aufgrund meiner sehr, sehr allgemeinen Aufforderung des Promptes, fasse zusammen für was und wie und warum und für wen soll ich überhaupt zusammenfassen. Soll ich den Text zusammenfassen für eine Doktorarbeit? Soll ich ihn zusammenfassen für einen Facebook-Beitrag, für einen Twitter-Feed oder Mastodon-Feed, was ja eine wesentlich geringere Zeitenbegrenzung hat? Soll ich, ich sag mal, in einer genderneutralen Sprache zusammenfassen? Soll ich in einer förmlichen Sprache zusammenfassen? Soll ich eine Aufzählung zusammenfassen? Das weiß der ja gar nicht. Und deswegen ist es halt unheimlich wichtig, ihm auch zu sagen entsprechend, wie er zusammenfassen soll. Ich kann dir zum Beispiel auch den Prompt jetzt ergänzen. Fasse zusammen einen Beitrag mit Hashtags. So, und dann sieht man auch gleich, es werden hier auch kleine ja, Emojis mit reingenommen, Hashtags werden mit eingebaut und ChatGPT passt jetzt diesen Text entsprechend an, ja, mein Format an, wofür ich diesen Text brauche. Und entsprechend kann ich jetzt einfach auch noch sagen, schreibe förmlicher, schreibe informeller, ja, benutze genderneutrale Sprache, benutze Aufzählungen, fasse mir das in drei Punkten zusammen oder schreibe in einem Fließtext, benutze Schachtelsätze. Das heißt, meine Rolle, die geht durch diese Nutzung überhaupt nicht verloren, weil letztendlich muss ich ja wissen, was ich will. Die KI, die kann das nicht wissen. Und durch meine Professionalität kann ich auch nur die Qualität des Textes und des Inhaltes auch bewerten. Also ihr habt jetzt gemerkt, an dieser kurzen Einführung, da geht es ja auch wirklich nur um das redaktionelle Arbeiten damit, dass ChatGPT im Prinzip mir die Fleißarbeit, die Tipparbeit abnimmt, aber auf gar keinen Fall die Content-Erstellung und auch die inhaltliche Qualität. Dafür bin ich immer noch zuständig und diese Bausteine muss ich mir immer noch zusammenbauen. Ich muss wissen, was für einen Text will ich? Wer ist die Zielgruppe von diesem Text? Wie ist der Aufbau von diesem Text? Ja, was für eine Sprache verwende ich? Verwende ich eine formelle Sprache, Fachbegriffe, eine einfache Sprache? Ja, das sind alles Sachen, die ich natürlich wissen muss, die die KI nicht übernehmen kann. Von daher rate ich einfach sehr, sehr entspannt einfach in dieses Thema KI einzusteigen. Wir werden das Thema nicht los. Das wird sich weiterentwickeln und das wird sich auch in alle möglichen Dienste weiter integrieren. Ich erinnere einfach nur mal so an die Genese von Sprachassistenten, von Smartphones, die wir ja mittlerweile fast in jedem Küchengerät haben. Also wenn die Alexa im Toaster dann irgendwie mit dem Kühlschrank kommuniziert und der Backofen mir dann kein Essen mehr macht. Also von daher, diese Entwicklung, die wird weiterkommen. Aber ich glaube, wir können relativ entspannt da drangehen. Wir können schauen, was können wir für unsere Arbeit benutzen? Was können wir für unsere Arbeit gebrauchen? Und wir brauchen uns keine Gedanken machen, dass unsere Professionalität oder unsere Rolle als Bildnerin oder Bildner darunter leidet. Denn das sind, glaube ich, Punkte, da kann keine KI uns irgendwie ablösen. Von daher, wenn ihr anderer Meinung seid, Ergänzungen habt, ich freue mich auf die Diskussion. Schreibt mir das einfach in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.